Warnung vor einer perfiden Betrugsmasche. Der Enkeltrick. Alles dazu in diesem Video. Hallo, mein Name ist Tim Schmidhäusler. Ich bin Rechtsanwalt und Geschäftsführer der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer. Mit diesem Video wollen wir vor dem Enkeltrick warnen. Das ist eine ganz perfide Betrugsmasche, auf die vor allem Senioren tatsächlich häufig hereinfallen. Es hat sich eine ganze Industrie darum entwickelt, es gibt gewerbsmäßige Banden, die diesen Enkeltrick betreiben und das wird zukünftig noch viel schlimmer werden. Der typische Enkeltrick sieht so aus. Die Banden suchen sich aus dem Telefonbuch oder aus irgendwelchen anderen Verzeichnissen, Adressdaten, Telefonnummern von Menschen, bei denen sie meinen, dass sie vielleicht schon höheren Alters sind. Das kann man oft an den Vornamen erkennen. Es gibt so eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ein Vorname, der altertümlich klingt, eben auch zu einem Senior gehört. Die werden angerufen und es wird am Telefon eine Szene vorgespielt, die Erschrecken und Panik bei den Angerufenen verrufen soll. Die werden unter emotionalen Stress gesetzt. Denen wird erzählt, dass der Enkel oder die Enkelin gerade eben irgendwo einen Menschen bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt haben soll. Und die Enkelin sitzt dann bei der Polizei und es muss eine Kaution bezahlt werden, damit derjenige wieder auf freien Fuß kommt. Und diese Kaution muss sofort bezahlt werden, sonst wandert derjenige in Haft. Und mit dieser Intention wird dann die Oma oder der Opa angerufen. Da kommt zum einen diese emotionale Anspannung, dass man eben von diesem schlimmen Vorfall hört und der eigene Enkel ist da involviert. Und zum anderen kommt noch der Zeitdruck dazu, weil es muss ja jetzt passieren. Man kann nicht erst in der Familie beraten oder zum Anwalt gehen oder sich vergewissern, dass es alles stimmt. Es muss jetzt Geld bezahlt werden, sonst kommt das arme Kind in Haft. Manchmal ist es auch so, dass das Ganze aus dem Ausland gespielt wird. Dass es also heißt, es ist nicht in Deutschland, sondern in irgendeinem anderen Land, wo der Enkel gerade Urlaub macht. Und da ist es dann besonders schlimm, im Gefängnis zu landen. Da gibt es vielleicht auch nicht so ein rechtsstaatliches System wie bei uns, wo man dann mit Haftprüfung und so weiter da auch wieder irgendwas machen kann. Also es wird ein hoher Stresslevel aufgebaut und in vielen Fällen führt es tatsächlich dazu, dass die Senioren ihre Ersparnisse an diese Betrugsbande überweisen. Das Ganze ist natürlich ein Betrug und theoretisch hätte man auch Anspruch darauf, dass das Geld wieder zurückbezahlt wird, wenn man das dann herausfindet, dass es eben nicht echt war. Aber die Betrüger findet man natürlich nie wieder, weil die verschleiern ihre Spuren und sind dann verschwunden. Das ist wirklich ein sehr ernstes Problem und das wird zukünftig noch viel ernster. Denn es gibt jetzt schon die Möglichkeit, die Stimme des Enkels so mit dem Computer herzustellen, dass sie täuschend echt klingt. Sogenanntes Voice Cloning. Dazu brauchen die Betrüger nur ein Muster der Stimme. Es kann sein, dass die Enkel angerufen werden unter einem fadenscheinigen Vorwand und werden dann in ein Gespräch verwickelt. Das genügt dann oft schon, um entsprechende Stimmmuster zu haben. Oder es gibt vielleicht auch Enkelinnen und Enkel, die bei Social Media ihre Stimme in irgendwelchen Videos veröffentlicht haben. Auch diese Sprachsample, die reichen aus, damit der Betrüger mittels KI eben ein Programm so herstellt, dass jeder beliebige Satz, der da eingegeben wird, mit der Stimme des Enkels übers Telefon abgespielt werden kann. Und dann ist natürlich klar, dass dieser hohe emotionale Stress, der Zeitdruck und die Wiedererkennung der Stimme die Erfolgsquote noch deutlich erhöhen werden. Also das muss man wissen und man muss auch seine Verwandten und Bekannten, von denen man meint, dass sie da möglicherweise Opfer werden könnten, vorwarnen. Denn es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit in der Situation irgendwie einen klaren Kopf zu behalten, wenn man vorher genau weiß, dass es solche Anrufe gibt und wie die ablaufen. Nur dann merkt man das Muster und kann einen kühlen Kopf bewahren und dann vielleicht auch nachfragen oder versuchen nachzuvollziehen, ob die Situation richtig ist, ob die stimmt. Man kann ja beispielsweise dann bei dem Enkel anrufen und ihn selber fragen, wenn der ans Telefon geht und sagt, ja, ich sitze gerade mit meiner Freundin hier am Strand, alles gut, Oma. Dann weiß man, das war ein Fake-Anruf, das war ein Betrugsversuch. Oder man lässt sich die Dienstnummer und die Telefonnummer von der Polizeidienststelle geben und versucht eben darüber zu verifizieren, ob diese ganze Geschichte frei erfunden ist oder ob sie tatsächlich stimmt. Aber dazu muss man natürlich wirklich in der Situation einen klaren Kopf behalten und darf nicht darauf hereinfallen. Es fällt übrigens auch gar nicht jeder darauf rein. Es gibt nämlich ein paar ganz kuriose Fälle, die auch im weitesten Sinne mit dem Enkeltrick zu tun haben. Es gibt den sogenannten vermeintlichen Enkeltrick. Es gab nämlich mal einen Enkel, der tatsächlich bei seiner Oma angerufen hat, nachdem eine Polizeistreife ihn festgehalten hat. Und es gab einen Haftbefehl gegen diesen jungen Mann, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Er hätte dann 3600 Euro bezahlen müssen, ansonsten wäre er sofort verhaftet worden. Und dann hat er seine Oma am Bodensee angerufen und hat ihr diese Geschichte erzählt. Und die Oma war gut informiert und hat gesagt, Moment, das kenne ich doch, das ist der Enkeltrick und hat aufgelegt. Sie hat dann aber bei der Polizei nachgefragt und die konnten dann aufklären, dass die Situation tatsächlich so ist. Und am Ende hat die Oma dann dem Enkel das Geld vorgestreckt und hat ihm vier Monate ersatzhaft erspart. Das war dann ein gewisses Happy End. Nicht immer mit Happy End, aber auch möglich, es gibt auch Enkel, die versuchen, ihre eigene Oma zu betrügen. So geschehen in Mecklenburg-Vorpommern. Da hat er sich ein junger Kerl bei seiner Oma gemeldet und hat erzählt, er sei von zwiedichtigen Gestalten in den Wald entführt worden. Er sei jetzt in einer Hütte und er wäre nur freigelassen, wenn so 400 bis 600 Euro bezahlt würden. Die Oma ist aber nicht darauf reingefallen, vielleicht auch, weil der Betrag so niedrig war und sie dachte, hä, das ist aber komisch, die verlangen doch sonst viel mehr. Und hat sich an die Polizei gewandt. Die Polizei hat dann auf dem Handy des Enkels angerufen und er hat dann reumütig erklärt, ja, tut mir leid, war wirklich nur ein Trick. Ich brauche einfach das Geld, ich kriege nicht genug Taschengeld und so. Das hat die Oma zwar irgendwie nicht verstanden, die war auch ein bisschen sauer, aber zumindest hatte sich die Situation aufgeklärt. Also das war's von uns mit der Information. Bitte teilt das. Es ist wirklich wichtig, dass die Leute, die darauf reinfallen können, darüber informiert sind. Und wir informieren euch auch gerne im Rahmen einer kostenlosen Erstberatung in jedem Rechtsgebiet, das wir anbieten oder über Social Media oder noch besser über unseren Newsletter. Den könnt ihr abonnieren und dann seid ihr immer wirklich aktuell informiert. Vielen Dank.